So, dann schnappen wir uns mal den Laster und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit der Kampagne. Wartet mal, ich höre hier schlechten Beatbox. Naja, wahrscheinlich sollte der Beatbox auch hier von dem Deutschen synchronisiert oder so, ich weiß es nicht, aber die haben es mit 80 so gemacht. So, nee, wir machen nicht mehr Auftrag, jetzt habe ich hier, wir nehmen erstmal hier oben ein Auto. Ja, einsteigen. Roste! Oh mein Gott, du hast einfach mein Auto geklaut. Nein, Roste! So gut, wir haben noch eine coole Karte, habe ich sehe ich gerade. Und jetzt machen wir, oh, wir sind übel zweitem unten. Ja, fahren wir mal hier hoch. Ich überlege, können wir mal eine coole Strecke fahren, wo wir mal noch irgendwie was von der Landschaft sehen. Ich finde ja, diese Offroad-Strecken und so fand ich das auch cool. Ja, wir gucken mal. Und ihr habt das ja sicher schon mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann bestimmt auch wieder ein paar Beschwerden deswegen gibt, aber so reagieren kann ich ja nicht drauf, weil ich gut am Vorproduzieren bin. Hin und wieder gibt es ja noch ein paar Cuts, wo dann irgendwie ich plötzlich ein bisschen weiter bin oder so. Die mache ich wirklich nur dann, wenn gar nichts war und es einfach nur sehr, sehr, sehr träge und langweilig ist oder so. Also ich denke mir dann auch was dabei, das so nebenbei dann. Also eigentlich kommt das ja erst dann nur entgegen, weil die Folge dann einfach kompakter ist und kompakter mit den besseren Sachen. So, und genau sowas werde ich auch jetzt machen, weil die Strecke ist gerade echt sehr, sehr langweilig. Bis gleich. Ja, ja, das wird wieder. Nichts passiert. Übrigens, was ich auch mal sagen wollte, schon wo ich das mit dem Motorrad gemacht hatte, der Rauch sieht absolut geil aus, oder? Aber ich glaube, ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich habe noch nie so eine, so eine, so eine gut aussehende Rauch-Engine gesehen. Das gefällt mir richtig gut. Zumindest, äh, wenn man mit dem Auto, äh, das wo er sagt. Ich weiß nicht, ob man hier Autos auch pimpen kann und dann irgendwie den Rauch, wie bei GTA 5, äh, die Farbe ändern und so. Das wäre cool. Das wäre wirklich stylisch. Aber ich habe bis dann noch nichts gesehen mit Autos pimpen oder so. Naja. Alter, das ist ein Friedhof, oder? Was? Dann stecken wir mal aus hier, weil im Friedhof, das, äh, da fahre ich nicht mit dem Auto drüber. Da habe ich dann doch Respekt. Mit einer, mit einer übelsten Monsterspinne, äh, Unruhestiften, kein Problem, aber hier, ne. Wuch, was ist denn das? Scheiße! Ah, damn it, okay, das habe ich jetzt nicht geschnickt. Das habe ich jetzt nicht geschnickt, leider. Ich wollte eigentlich nur mal mir die Gräber angucken, ob die da irgendwas draufgeschrieben haben oder so. Das sieht nicht so aus. Was? Bin ich jetzt auch noch unsichtbar? Ja, sorry. Aber hier scheint nichts draufzustellen. Hm. Aha. So. Oh, ich glaube, hier wird es traurig. Na gut. Ja. Weißt du, wer immer die Blumen ist? Ich glaube, wer immer die Blumen bringt. Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber... du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lina nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast meine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lina ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Tja. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gormenheiz auf dem Dach. Was ich auch krass finde, ist, man sieht ja in den Rückblenden immer so einen zivilen Outfit, ohne Verbummung und ohne Mütze und alles. Wie der da total anders aussieht, oder? Also man sieht es ein bisschen an den Augen, aber es sieht total anders aus. Ich finde es krass. Also ich meine, das ist jetzt auch eher überraschend positiv, jetzt nicht irgendwie merkwürdig. So, ein Verbrechen erkannt. Naja, okay. Ich dürfte jetzt nicht so weit weg sein. Das Bike ist ganz cool. Das hat auch einen halbisch coolen Saunen. Also wenn wir dann mal ordentlich Kohle haben, dann hole ich mir erstmal ein richtig krasses Motorrad. Man hat ja hier auch, wie gesagt, nicht wie ein GTA 5 so einen krassen Malus, der eigentlich realistisch ist, dass wenn man begegnen fährt, dann gleich runterfällt. Hier ist das alles ein bisschen... Wie gesagt, leichter, stabiler, wie immer. So, dieses Mal nicht voll reinrinnen. Langsam nähern. Wir versuchen den auch nicht zu killen. So, das Ding auspacken. Potenzial ist auch für 21%. Auf mögliche Gefahren achten. Okay. Es steigt. So, wenn das Ding voll ist, muss man hinrennen. Jetzt. Achtung. Oh nein, ich kriege den jetzt, jetzt. Achtung. Äh. Spring doch mal drauf, bitte. Der springt nicht. Der macht nichts. Oh nein, 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 nein. Äh. Halt jetzt. Was? What the... Okay, soviel dazu. Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit, äh, ich wollte jetzt B sein. What? What? Okay, jetzt habe ich schlechte Laune. Nordrufzentrale, das ist der Grund ihres Anrufes. Irgendjemand schießt hier. Hm. War das der Typ, oder? Okay, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. CTOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigem. Ich mache mal weg hier. So schnell raus hier aus dem Ding. An alle Einheiten, CTOS-Kassin verdächtigen lokalisiert und markiert. Ich hatte die gleiche Taste gedrückt, äh, wie aufs letztes Mal. Also, Kreis sozusagen. Aber ich dachte, das springt mal drauf. Und das hatte ja letztes Mal immer funktioniert. Und diesmal hat er irgendwie gar nichts gemacht. Keine Ahnung, ob ich dem Falschen hinterhergerannt bin. Wahrscheinlich bin ich dem Opfer hinterhergerannt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist irgendwas schief gelaufen. So, Polizei, das... Ne, wir fahren mal auf der großen Straße, damit... Ach, komm. Damit hier mal irgendwie genau eine Ampel... Da ist eine Ampel. Hör zu, Leute, ich rammel ihn. Bein Achtung. Ah, ne, da ist keine Ampel. Scheiße. Halt, oder wir werden schießen. Hm, äh. So, Leute, ich glaube, wir entfernen uns langsam... ...ziemlich gut da. Das sieht man daran, dass das Motorrad ziemlich schnell ist. Wir haben noch keine Spur vom Verdächtigen. Wird zur Hölle, äh, dann komm. Ja, ich glaube... Ja, das ist cool. Also deswegen auch habe ich Motorrad sehr gerne. Der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Weil die einfach nicht hinterhergekommen sind. Und das ist echt angeschlagen, das Teil. So, ich habe aber keine Ahnung, ob ich das Ding jetzt gelöst habe oder nicht. Es war sehr, sehr komisch. Ich habe da irgendwas vor uns mal wieder. Tut mir da noch leid, aber ich kann es jetzt nicht ändern. So, ich mache jetzt keinen fixer Auftrag. Ich mache jetzt Kampagne weiter. Wir haben jetzt hier genug rumgespielt. Jetzt geht es hier da mit dem Ernst los. So, wir sind noch nicht mehr so weit weg. Das ist da angenehm. Aber das Motorrad klingt nicht mehr so gesund, hm? Okay, wir müssen dann mal noch den Fahrbahn unter uns ans Gleiche wegziehen. Mal gucken. Aber es hat trotzdem, es hat trotzdem ausgereicht, um wegzukommen. Und dann passt ja alles. So, Leute, da sind wir. Weg, 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 weg! Aus dem Weg! Was ist denn los? Also, es hat uns auf jeden Fall noch zum Ziel gebracht. Ich bin beeindruckt. So, nicht der Pizzamann. Alles klar. Akte 1. Nicht der Pizzamann. Wo ist er? Ist nicht leicht, mit Geordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Hm. So, wir müssen irgendwie hier hoch. Hm, 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 hm. Nein, wir müssen dann unbedingt auch mal Boot fahren, Leute. So, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Kann man hier irgendwie rein? Nein, leider nicht. Ja, das werden alle solche Türen sein, wo man nicht reinkommt. Puh. Können wir da irgendwie hoch? Ach, guck mal, wir können doch da einfach hochklettern, so wie ich das sehe. So. Okay, alles klar. Hinten mir. Hi. Oh, fuck. Geordi. Wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht. Wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück. Da ist die Kette. Ich schiebe ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Geordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja. Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wer konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Oh? Einer von den Typen. Lautet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Er aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Schuhe. Kümmer dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter. Ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Okay. Infiltrieren sie den Bahnbetriebshof. Na dann, lass uns mal irgendwie rüberkommen. Machen wir es schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich hab noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Und sie wollen, dass sie auf training und disappears lugar. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020